ja hallo und herzlich willkommen zum ersten android wear let's play und zwar spielen wir android wear spiele jetzt war immer kurz und knackig gegeneinander und dann schauen wir wer besser ist auf unserer uhr spiele zu spielen räumt ab ich glaube der roland hat sowieso einen vorteil ich muss mich dazu noch ganz kurz verteidigen ich habe keine das heißt der roland kann immer heimlich üben ich habe noch nie spiele ernsthaft auf dieser uhr gespielt aber wir haben schon ein paar rausgesucht und heute in der ersten folge spielen wir digital galaxy das klingt cool sehr viel versprechend aus von der grafik sci-fi und jetzt die erste runde floh hat jetzt drei möglichkeiten um einen highscore zu erzielen scheiße du warst gewinnlässig schon braa voll dran vorbei zweite runde ja der ist fett das stimmt ich glaube dass das nicht wissenschaftlich korrekt dargestellt ist so wie die rum wobbeln 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 voll dran vorbei ich geh schon satt hoch okay dritte runde der versuch scheiße du bist voll gut ich habe wieder rum wobbeln ja das gehört so er will halt nicht von meteor zerstört und ausgelöscht werden wann kommt denn da uranus das ist der wasser wahrscheinlich weil du bist ja der uranus destroyer ich meine meteor schieße ich da wo du bist voll gut achte 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 knack die acht ich komme nie auf die acht ich habe es davor bis drei geschafft platztasch eigentlich hätten wir uns den ersten platztasch ersparen können wenn ich angefangen hätte das das schneiden wir auf alles aussehen so schauen wir mal was der roland da gegen meine acht auszusetzen hat drei versuche ich starte das spiel ok ich werde mich ganz haut konzentrieren das 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 Oh mein Gott, du hast zu lange gewartet. Nein, es geht noch weiter, es geht weiter. Ich war abgelenkt. Wie viel hast du gehabt? Drei. Dann hast du noch zwei Versuche. Ich werde nie auf acht kommen. Oh, die magische drei. Ja, ich habe es davor noch bis drei geschafft. Jetzt schauen wir mal, die Runde. Das wird was. Das ist der Mond, der ist echt klar. Boah, fuck. Wo hast du jetzt? Scheiße, Mann! Na! 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 Jetzt! Na! Nein! Nein! Neun! Ich habe neun. Ich habe gewonnen. Okay. Also, elste Runde. Oder elstes Let's Play. Geht an den Rollo. Wie heißt das Spiel? Digital Galaxy. Also man sieht, man kann sehr viel Spaß damit haben. Dein Fazit. Würdest du dir das Spiel runterladen für deine Android Wear Watch? Also wenn ich sowas besitzen würde, dann würde ich sagen, ich finde es ganz unterhaltsam. Es funktioniert sehr einfach und sinnvoll, aber es ist ganz lustig. Das stimmt. Nein, ich finde auch, weil ich habe natürlich in der Vorbereitung, weil wir bereiten uns natürlich akribisch auf unsere Stunden vor. Nein, ich habe mir ein paar Spiele angeschaut und die waren alle ein bisschen schwer vor der Steuerung oder so. Und das war halt, das ist wirklich einfach zum Steuern. Schaut ganz nett aus. Ja. Und wenn man mal ganz langweilig irgendwo sitzt. Meeting. Ja, ich finde es geht auch einfach alles schnell. Ja. Nicht durch Menüs, du musst nicht irgendwas einstellen, du gehst drauf und los geht's. Jawohl. Das ist einfach, finde ich, eine gute Möglichkeit, dass man schnell einfach loslegen kann. Stimmt. Okay. Nächstes Spiel. Aber erst in der nächsten Folge. Äh, in der nächsten Folge. Okay. Dann. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Android Wear Quickies. Not final title. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.